Mein Name ist Regula und ich komme aus der Schweiz. Oh, es war einfach unglaublich, was ich gesehen habe. Ich habe noch nie in meinem Leben und ich bin schon viele Tauchgänge getaucht, bald 200. Aber ich habe noch nie so eine Vielzahl an Tieren gesehen wie auf Galapagos. Wir haben Walhaie gesehen, wir haben Mola Molas gesehen, wir haben Seepferdchen gesehen, wir haben Hammerhai-Schulen gesehen, also es war für mich unglaublich, traumhaft. Für mich waren die Mola Mola und die Whale Sharks das absolute Highlight. Weil ich wusste, dass noch zwei Experten auf dem Schiff sind, die uns noch das Ganze noch viel näher bringen können. Das hat für mich das Ganze unglaublich gesamthaft abgerundet und einfach toll gemacht.